Das ist doch toll, wenn der erste Dart direkt ins Doppel hineinfliegt. Also die Form ist ähnlich wie sein Dart zuvor auch. Also das ist eigentlich das baugleiche Modell. Jetzt sind jetzt nicht mehr die blauen Bavaria-Ringe zu sehen. Auch keine schlechte Idee, das 180er-Schild so am Oberteil zu montieren. 120, das Shanghai-Finnish haben wir eben schon von Drago-Team gesehen. Perfekter erster Dart. Doppel 20. Nimmt sich nochmal seine Zeit. Und setzt ihn rein. Und genau das gibt ihm recht. Da nochmal durchzuatmen, sich da die Zeit zu nehmen und rein das Ding. 78. Sehr gut, Doppel 12. Den Achter, 3-0 Führung. Es sieht stark nach dem ersten Leckgewinn für Steve Lennon aus. 9 für Doppel 8. Ja, das macht er. 17 Darts, verkürzt auf 1-3. Ah, und der sitzt. Nicht im Finish-Bereich. Aber es ist das Anwurf-Flag von Steve Lennon. Der steht unter Druck. Der muss checken. Macht er in 15 Darts. Da haben wir Wesley-Pick. Auf Josse de Sousa. Also auch morgen gibt es wieder einige Darts hier aus Trier bei uns auf der Zone. Riesen-Chance jetzt für Lukas. Das ist jetzt schon so ein kleiner Matchstart. Das macht er jetzt. Und das macht er. Den 16 Darts zum 5-2. Davon darf er sich natürlich nicht verrückt machen lassen. Alles noch gut. Auch Steve Lennon hat dieses Leck noch nicht gecheckt. Doppel 12. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Genau in dem Moment. Er setzt ab. Er wird reingerufen. Aber Lennon haut den letzten Darts da noch rein. Bleibt cool. Das hier auch dem Publikum nochmal signalisiert. Ja, finde ich gut. Fühlt sich ja auch nicht richtig gut an, dann so zu gewinnen. Man will ja einfach der bessere Spieler sein. Aber Lennon hat jetzt ein richtig gutes Timing. Lennon spielt jetzt ein starkes Leck. Back-to-back. Back-to-back. Lukas bleibt gut dran. Moment für die Doppel 16. In elf Darts zur Break. Steve Lennon. Den lässt er aus. 76 für Lukas Wenig. 16 für die Doppel 20. Matchstart. Ist der Matchstart für Lukas Wenig und den Machter. Und den Machter. Der zweite ist es. Und Max guckt dir die Emotionen an. Die Doppel...